So, da sind wir wieder zurück in Contrast und ich begrüße euch herzlich zur zweiten Folge. Wir stehen vor dem Ghost Note, bei dem wir uns mit Didi treffen sollen und das machen wir auch gleich. Ich hoffe, die In-Game-Lautstärke ist jetzt ein bisschen besser, ich hab sie ein bisschen hochgeschraubt, aber ich experimentiere da noch ein bisschen rum, tut mir leid. You missed the dancers. They were so beautiful. Schade. I want to be a dancer when I grow up. Or an acrobat, like you. Ja. Did you always want to be an acrobat? Ach. You're so good. Danke. You should be in the circus. Ja. Danke. Too bad, nobody can see you. So, let's go in. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, sobald du mal die Klappe hältst. Und rein da. Okay. Also, nach volles Haus. Ich versuche, du magst die Sicht. Okay, wer war das? Schalt hier die Scheinwerfer ein. Die da? Oder? Ach, da glitzert was. Wer war das? Wer hat da gerade so lastiv mit uns gesprochen? Ja, gut. Come on, Sugar. Help a girl out here. We can't play in the dark. Die wurden wohl auch von einem Blinden ausgerichtet letztes Mal. Das schaffen wir hier besser. Oh. Ach, und wieder diese Schattenmenschen, ne? Okay. Dann hier rüber zum zweiten. Und ein Schlagzeug. Okay. Und was ist mit dem großen da? Oh nein. Hey, one's on the fritz. Hey Sparky, could you do something about that one too? It's really messing with our rhythm. Natürlich. Okay. Da müssen wir wohl irgendwie hier hochkommen. Ich glaube, ich sehe auch schon wie. Dieser Saxophon-Spieler hier, der steht so schön perfekt da. Zack, und oben sind wir. Super. Das ging ja einfach. Nein. Ist ganz schön düster, ne? Warte, ich gucke mal kurz in den Einstellungen, ob ich das irgendwie heller machen kann. So, jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen heller, ne? Ja. Das sieht besser aus. Finde ich. Zumindest. Hier ist nix. Gut. Weil sonst seht ihr hier ja gar nix. Und, naja, aber hier drüben leuchtet doch noch was. Ehe zum Interagieren. Mal gucken. Kommunalverwaltung, Sozial- und Jugendamt. Vernachlässigung der Aufsichtspflicht. Betreffend Dorothy Malenkaya. Okay. Uh, wieder was zum Vorlesen. Sehr geehrte Miss Malenkaya. Dies ist bereits das zweite Mal, dass sie ihrer Aufsichtspflichten für ihre Tochter Dorothy Malenkaya nicht nachgekommen sind. Wie Sie vermutlich wissen, wurde Dorothy am 22. Juni um zwei Uhr in der Gasse hinter dem Etablissement Ghost Note ohne Aufsicht gefunden. Dorothy teilte der Polizei mit, dass sie zu dem Zeitpunkt im Ghost Note auftraten und im Allgemeinen von 20 bis 6 Uhr nicht zu Hause sein würden. Wenn sie es weiterhin versäumen sollten, ihre Aufsichtspflichten für ihre Tochter nachzukommen, wird das Jugendamt gezwungen sein, sie in einer Pflegefamilie unterzubringen, bis sie eine vertriebbare Arbeit finden oder wieder zu ihrem Ehemann zurückkehren. Besonders auffällig ist es, dass Dorothy, als sie in der Hintergasse gefunden wurde, sich mit einer nicht existierenden Person unterhielt. Ein geistig gestörtes Kind wie Dorothy benötigt besondere Aufsicht. Wenn sie dazu nicht imstande sind, werden wir leider eingreifen müssen. Mit freundlichen Grüßen, Hilda Janssen, Sozialarbeiterin. Aber ich gehe mal davon aus, wir waren diese unsichtbare Freundin, aber das macht Dorothy doch noch lange nicht zu einem gestörten Kind. Was ist das denn? Na gut, gucken wir mal. Aber es ist schon nicht das Beste, wenn die Mama immer weg ist und der Papa ist auch weg. Okay, mal gucken. Und ich wusste gleich, dass du mich möchtest. I just never thought you'd harm me You hold me closely, but now I know You love me mostly, sorry Joe You ain't a lover, you're a house on fire I'm burning so You hear that siren coming, baby, I gotta go You're in my past, Joe, I had my fail Couldn't last, Joe, baby, I got this There's no one happy in a house on fire Why do I steal? I hear those sirens going, baby, I gotta chill I got a thrill, babe, and I wanna run back But I know I gotta stand down Vamp for me, Charlie, would you? Okay, lausche Cat, das war ja eine ganz schöne Show, ne? Die, die, die's Mama da abgezogen hat Ziemlich sexy Aber dann lauschen wir mal Oh, schwarzer Bildschirm What are you doing here? You're singing good tonight, Cat Don't smooth talk me, Johnny, we had an agreement Is that what you call it? I never wanted to leave, you kicked me out You want money from me, Johnny? Cause I'm ducking the lambs I don't need a handout, babe, look at this suit You working another one of your famous deals? This one's big, Cat Oh, sure it is Till it blows up like last time and the time before that Not this time, babe, I'm gonna make it all up to you I gotta get back on stage Then meet me after I'm staying at the Excelsior You think you're just gonna jitterbug your way back into our lives With a lot of sweet talk It's gonna be better this time, babe You're gonna see how much better it can be Room 529, kiddo Where is he going? I need to talk to him Didi, ich glaube nicht, dass das ne gute Idee Ach, diese, dieses Kind Oh Super Folge Johnny Also das war Didis Vater Oh Ach, die schöne Musik Schade Jedenfalls, das war Didis Papa, den wir da gesehen haben Und der scheint wohl Bisschen pleite zu sein Und bisschen Probleme zu haben Ach, guck Ich glaube, das ist wieder ihre Mama Ach, die Idee Nicht so wie es klingt Ja, klingt so, ne? Aber Oh, der glitzert was Tut mir leid, ich bin gleich wieder da, Didi Glitzernde Sachen haben immer Vorrang Besonders ein glitzerndes Grammophon Ach, da oben ist wieder ein Haus Echt? Echt? Didi, lass mich auf deinen Kopf Neei Oh Mist Zu spät Na gut, nochmal Ich glaube, ich weiß, was ich falsch gemacht habe Hint hoch Und hoch Und hopp Jawohl Super Geschafft Und runter Okay Dann Gehen wir jetzt hier durch Aber Ja, ist ja auch ne Wand Naja So stark sehe ich jetzt nicht aus Hast du die Ärmchen gesehen? Aber na gut Zack Oh Gott Oh Gott Ich bin ja wirklich stark Oh Ne Leuchkugel Das ist eine sehr gute Frage, Kido Gehen wir mal nachgucken, würde ich sagen Okay Nicht so viele Leute hier Come on, Vincenzo It's just some film footage of your act Why can't you let me borrow it just overnight? Because it is my new act And it's top secret Which is why my agent has it safely locked in his office upstairs I just want to show it to my investors They want to get to know you better Mr. Fenris I have performed my illusion act For the King of England And the Emperor of Japan There are untouchables in India Who tell stories of the amazing Vincenzo If your investors don't know me They're not in show business You think I can't pay you? Look at this suit I'm staying at the Excelsior Hotel I've asked around about you, Mr. Fenris People tell me not to trust you And I've asked around about you, Mr. Amazing You're not as flush as you look You've got a few debts Which is why I think you'll perform at the opening night of my circus You dare accuse me Look, I made a beautiful poster Now I just need to borrow your film reel Until I see some earnest money from you I'm damned if I will lend you the time of day All right I'll get you a check Cash Cash, don't worry, I'll call you tomorrow It's been such a pleasure meeting with you Thanks for the drink Okay Ich denke mal, dieser Schwenk zu der Tür da oben soll uns sagen, dass wir da hin müssen Aber erst mal wieder Glitzersachen Ups Ein Jahrmarktposter für den fantastischen Vincenzo Der ganz schön gruselig aussieht Okay Was können wir hier mitmachen? Nein, nicht hier So, interagieren Ah, ich sehe schon Warte mal Wir müssen auch zu der Seite, ne? Geht aber nicht Okay Dann gehen wir mal hier hoch Wo ist Stiggy? Die steht draußen Gut, denn ich möchte nicht, dass ein kleines Kind hier reinkommt Das ist nicht die richtige Umgebung für sie Nein Nicht rausgehen Nur hoch da Und hoch da Jetzt darfst du raus Okay Manchmal ist die Musik fast schon ein bisschen zu laut Gehen wir mal hier längs Ah, da kommen wir zu der Leuchtkugel Oder? Ne, kommen wir nicht Kommen wir nur zu einer verschlossenen Tür Okay Das hilft uns insofern weiter Dass wir nicht weiterkommen Okay Dann gehen wir nochmal hier rein Ah, da steht ein Sessel vor der Tür Hier stehen Stühle vor der Tür Aber Wie kommen wir da rüber? Da geht auch das Ding raus Zu der Leuchtkugel Das muss ja fast hier außen rumgehen Wenn das Spiel uns schon so auffällig darauf hinweist Ah Das ist es eben Ich achte mich viel zu wenig auf diese Schatten hier Zack, sind wir drüben Ich wünsche, dass Dinge auch im echten Leben Das würde einige sehr viel einfacher machen Wäre aber auch ein bisschen gruselig Okay, das ist die Filmrolle, die wir mitnehmen müssen Aber hier glitzert ja noch mehr Oh, eine Leuchtkugel 5 von 10 Schon die Hälfte geschafft Was ist das hier? Zeitungsartikel von der Sinclair Daily Gazette Dieses Mal Der fantastische Vincenzo verhüllt seine Geheimnisse in aller Öffentlichkeit Ja, okay Kein Rauch, keine Spiegel Kann ich leider nicht lesen Aber Heißt wohl, dass Vincenzo ein ganz schön guter Zauberer ist Und wir klauen jetzt seine Filmrolle Hat keiner gesehen Hat keiner gesehen So, bist du zufrieden? Danke, Gott Jetzt müssen wir ihm das Film holen Ich glaube, er geht in den Film um seine Freunde zu treffen Ach so, na gut Herr Fenris Kleine ist ja schon süß Aber da hinten glitzert noch was Glitzerfunkel Haben wir das schon? Kennen wir das schon? Nee, nicht Ich glaube nicht Da ist nämlich noch eine Leuchtkugel Ich denke mal, das ist ihre Mama Aber ein bisschen später Nachdem sie die wahrscheinlich ins Bett gegangen Ach, das ist so laut Ist das bei euch auch so laut? Oder ist das nur auf meinen Kopfhörern? Naja Letztes Mal war es dafür ein bisschen zu leise Dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen Oh nein, es gibt keinen Weg, um eine Krass zu kommen Mist Ich weiß Wenn wir das Spotlight haben können, dann könnte ich dich mit ihm Aber es ist aus der Kraft Wir brauchen ein paar Luminäure Hast du noch? Natürlich, Kindchen Sechs Stück sogar Sollte reichen, ne? Jo Ach, drei brauchst du? Ja gut, haben wir Super Und ich muss jetzt da wohl rüber, ne? Gucken wir mal Ähm, okay Okay Müssen wir da springen? Oh mein Gott Oh nein Oh Nochmal Ich hasse das, wenn man im Sprung wechseln muss Das ist nicht Oh, nicht meins Ach, da ist Vincenzo Was war denn auf der anderen Seite? Nein, nein Oh Ach, Meno Ich wollte doch nur gucken Ah, das ist ihre Mama Hm, witzig Nein Ich hab doch geklickt Wo bin ich? Hä, wo bin ich? Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hilfe Oh, ne Leuchtkugel Nice Aber Hä? Das war ja komisch Ich bin an der komplett falschen Ecke gelandet Hierdurch war das doch Gott Da war ich kurz verwirrt Aber das will ich jetzt Ich will da In dieser Folge noch rüberkommen So Okay Dieses Mal schaffen wir es Ich hab geklickt Oh mein Gott Und ich bin schon wieder hier gelandet Wisst ihr was, Leute? Wenn es noch länger Ja Ich glaube, ich schneide das raus Bis wir es schaffen Darüber zu kommen Bis gleich Nächster Versuch Oh, geschafft Oh mein Gott Oh mein Gott Bitte Speicher Bitte Speicher Ja, ich kann's versuchen Oh nein Nein, ich will da nix Das Erscheint mir Nicht sehr klug Ich hab das gerade noch gesehen Nicht da schon wieder runtergefallen wäre Dann Oh, gute Nacht Ja, sehr sicher Für so ein kleines Mädchen Sieht definitiv Sehr kindgerecht aus Danke, es war so ein großer Schuss So Hier glitzert noch was Wegen eines Betreiberwechsels Wegen eines Betreiberwechsels Haben wir momentan geschlossen Danke für Ihr Verständnis Ja, bitte gern geschehen Und wir stehen jetzt hier vor dem Kino Und hier würde ich die Folge für heute auch beenden War ein bisschen länger als letzte Woche Aber hat trotzdem Spaß Also mir hat's Spaß gemacht Ich hoffe Euch beim Zuschauen auch Ich hoffe der Ingame Sound ist jetzt einigermaßen okay Ich empfehle aber generell die Videos mit Kopfhörern zu gucken Das ist irgendwie immer besser Aber auf jeden Fall freue ich mich schon Euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen Bis dann Passt auf Euch auf Bleibt cool Und Tschau zusammen